jo freunde was geht willkommen zu diesem video leute ja freunde das wird das letzte video sein auf diesem kanal im jahr 2020 ja freunde was ein jahr ich hoffe dass nächstes jahr natürlich alles passiert und auf diesem kanal werden dann auch wieder videos kommen und freunde die wo den neuen kanal noch nicht abonniert haben link ist unten in der beschreibung ja der neue kanal ist unten in der beschreibung werden noch nicht abonniert abonnieren bitte dort kommen regelmässige videos und ja dann sagen aber dann guten rutsch ins neue jahr 2021 und dann sehen wir uns im neuen jahr wieder und eben abonniert den anderen kanal und dieses video kommt an cut it online freunde weil ich schon gleich gleich los muss das ist wieder noch online kommt ja freunde abonniert den neuen kanal weil da kommen regelmäßige gaming videos eigentlich täglich ein bis zwei videos und jetzt werden dann wirklich geile projekte starten auch mit domi geht es ab im moment die videos die bekommen klicks wie nix leute das hat sich noch gereimt ihr moin ihr von euch sagen was für dieses video haben schön silvestern und dann sagen bis zum nächsten mal haut rein